so wie sich das gehört warme kleidung da wird gebaut da wird die süd da ist ein handelsschiff sehr schön ein handelsschiff ist da was kannst du uns diesmal anbieten wir können verkaufen leder tabak er hat hier misst er lohnt sich gar nicht ne dann bin ich bei knapp 60.000 wir nehmen rucksäcke wir nehmen erstmal das büffelfleisch dann nehmen wir den brennstoff dann nehmen wir die eier und dann brauche ich nicht bier 3000 12.000 18.000 fleisch 1000 welch bei 6000 welch bei 24.000 so rucksäcke 1000 15.000 wäre 15.000 wäre 39.000 39.000 minus 11.000 wenn immer noch 28.000 aber egal 8.000 gesagt so nun das tausend 29 28 27 28 28 28 27 1180 stimmt das ich kann wenn ich nix auf die kette kenne aber kopfrecht denn das kann ich alter das ist ja schon krank so haben wir ganz diesen leer sehr schön das ist ja alles da der hat ja alles da der hat ja alles da da fehlt die butter die wird gerade produziert so diesen lehrt das ist auch alles leer auch schon die bäume hier weiter stehen bleiben du hast eine reparaturwerkstatt ne da heißt wir bauen da noch zwei mann rein du wirst abgerissen so du was haben wir hier salz 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 ich hatte doch hier irgendwo hatte ich zucker angebaut hier guck mal da kann ich da einen mit zuckerbeauftragen so einer der zucker anbaut ein bisschen damit ich zumindest ein bisschen ein bisschen an zucker komme was haben wir hier achte kommen wir hier wo es geht auch die bretter aus das sehe ich gerade und gehen auch die bretter aus uns geht alles aus netze fischernetze haben wir auch keine mehr du bist da kummer dann können wir ressourcen wasser schilf schilf fällt warum ist das jetzt auf einmal so groß ist doppelt so groß der ist gleich groß passt doch nicht hin schade kann man das hier unten irgendwo noch hinsetzen da passt es nicht hin dann lassen wir uns das hier oben dann müssen wir es doch dahin bauen ich will ja nämlich nicht dass meine leute hier erfrieren die sollen ja nicht erfrieren ist auch leer badehaus kasse zu machen kirche kannst du zu machen schule kannst du zu machen ihr wohnt ja noch drinnen oh ja im schweine ob das ist ein rathaus kann ich das abreißen und dann irgendwo anders neu hinsetzen da unten irgendwo thomas bitte butter du wirst dahin gemacht so könnte mich jeder neben dem friedhof neben dem friedhof ist auch blöd neben dem friedhof ist auch blöd wir bauen das hier hin sieht so ein bisschen blöd aus mit der butter rei aber wir können das schon hier reinbauen dann das rathaus das passt dann das passt ja doch das passt dann du bist auch fertig du machst auch daunenjacken ach da fehlt einer so rein da sie dann lass uns doch mal gucken hier das 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 weg wobei macht das machen später mit dem rathaus das machen wir später hier die tiere habe ich da steht wieder so monster baum dankeschön für das holz können wir gebrauchen so das haben wir einiges geschafft heute immer noch keine fischernetze ist denn hier los mit den netzen arbeitet doch mal schneller seile fischernetze kürbe ich glaube wir brauchen schilf kann dann sein so das haben wir das haben wir das haben wir ja guck mal ich habe können wir die alle schlachten wenn ich die zumache rinder war ich habe ja hier ne und die kühe kann ich doch auch so alpakas habe ich auch gänse büffel habe ich auch wenn ich die zumache habe ich auf jeden fall ein paar leute über da da packen wir einen rein da ist da habe ich auch dann machen wir den zu der muss repariert werden der muss die müssen alle repariert werden bei den pferden eseln da hätte ich gerne einen drin ja ist doch gut jetzt ist doch gut jetzt da packen wir auch zwei rein bei den pferden muss auch einer rein das kann auch alles abgerissen werden also weg damit was ist das luxushaus raus sind auch luxushäuser nach raus mit euch raus mit euch fett wie sementiert euch sucht euch nur noch andere bleibe ich habe kein wasser mehr na mensch wieso habe ich denn kein wasser mehr nini nini so kümmern dass wir hier wenn die wir werden wenn die gewollt verschoben wenn der raus damit wenn die wenn die aktivert hat das auslager von gegenstellen in lagerhäuser höhere priorität ja dann raus damit raus damit wir nehmen schweinefleisch 200.000 wir nehmen wir nehmen wir nehmen wir nehmen wir nehmen wir nehmen schild mit 7500 wir nehmen habe ich kein tier fett mehr doch da tier fett mit 35.000 und tier mist mit 12.500 sorgten viel mehr kann ich denen nicht anbieten ich habe nichts mehr wasser so die bringen weg hier die bringen weg sehr schön hier wachsen die ersten grabsteine der ist auch fertig sehr schön das ist auch alles kaputt weg 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 die brücke weg so dann habe ich hier nur noch die tiere nachher ich brauche lagerhäuser wir brauchen ohne ende lagerhäuser dafür für die ganze scheiße hier mal wieder einsammeln können was hier rumfliegt können wir die hier hinbauen können wir hier lagerhäuser hinbauen geht das wobei warte mal wir hatten doch verarbeitung logistik keller hat die gleiche funktion wie ein lagerhaus bürger können den bereich überqueren kann nicht zerstört werden das wäre vielleicht gar nicht so dumm wenn wir uns den nehmen weil ein lagerhaus kann kaputt gehen im keller nicht versorgungsdepot die arbeiter werden in der struktur ausgewiesen schon viel gebäude bewertet also unnötig vorratsstation auch bei dem könnte man wieder an die dings bauen befestigte lagerhof lagerhaus wir müssen mal gucken wir müssen mal looky looky machen irgendwann mal demnächst und dann wird hier wirklich da keller oder so hinbauen wenn das angeht wir haben wieder butter da macht man tut an da macht man tut an und so es fehlt an menschen wir haben keine milch mehr und da sollten was mache ich denn ich habe mich vertan da sollten kühe hin sie geben doch die milch wo kann ich euch jetzt hinpacken habe ich hier irgendwo ein leeres feld ne habe ich nicht ach kacke schlacht nein nicht da hier wenn dann müsst ihr die abschlachten hier die rinder einmal schlachten bitte einmal schlachten mach mal leer dann müssen mich da die rinder um die kühe reinpacken da müssen wir da die kühe reinpacken so event alkohol sofort alkoholkonsum kann zwar die stimmung geben aber zu viel alkohol führt zur trunkenheit gestern am tag ein bürger zu viel getrunken ist in den fluss gefallen zum glück blieb er unverletzt aber als er aufwachte fand er plötzlich einen wortel mit silbermünzen neben sich aufheben und mitnehmen nachforschung anstellen ich kaum beim letzten mal haben wir nachforschung gemacht ist immer aufheben und mitnehmen tausend silbermünzen dankeschön die entwicklung so kür jetzt können wir nicht hingehen können von da auf die 75 geht mal alle rüber geht man alle rüber so wunderbar dann haben wir das nämlich auch dann haben wir das auch sieht doch sehr schön aus hier noch richtig schön geworden hier das ist richtig schön geworden kleine haben wir nicht weil wir sind arme leute 0 der ist leer da wohnen acht drin 5 4 15 5 wir haben nur platz ohne ende also hier haben wir so platz ohne ende und zur not kann man immer noch nachher ausweiten schiff damit schiff angebaut honig bitte ja der muss wird abgerissen hier haben wir soweit auch alles weg ne der muss noch weg sondern können wir die ganzen straßen hier mal viel ist ja nicht mehr da ne das muss noch weg ach guck mal der ist auch fertig sehr schön du machst auch daunenjacken du machst auch daunenjacken so bitteschön wunderbar wunderbar wenn ich jetzt hier eine umschlagsstation rein baue müsste der doch bis dahin gehen oder nicht tatsache tatsache dann bauen wir die mal da rein haben wir keinen pflasterstein mehr tatsache na mensch na mensch na mensch im werkzeug haben wir auch keins mehr hier ist ja auch alles kaputt da fehlen die leute das machen wir alles beim nächsten mal das machen wir alles beim nächsten mal tatsache tatsache Untertitelung des ZDF, 2020